Musik Hallo, ich bin Carsten in Borken und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Musik 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 Ja, hallo nochmal. Meine heutige Wanderung geht einmal rund um die Jugendburg Gehmen. Die Jugendburg Gehmen gehört dem Bistum Münster und ist quasi eine katholische Jugendbildungsstätte. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne noch begleiten. Musik 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 Es ist ein unwahrscheinlich dichter Wald, auch wenn der Weg, auf dem ich mich gerade befinde, irgendwie, ich glaube zwei Kilometer hier, wirklich gerade wie am Reißbrett gezogen, durch den Wald geht. Musik Ich habe heute Nachmittag privat noch ein bisschen was vor, darum habe ich mich heute für so eine kleine kurze Tour entschieden, aber das ist nicht wichtig, ich bin draußen im Wald und das reicht mir schon. Musik Und nachdem es vorhin das erste Stück die ganze Zeit durch einen wirklich dichten, schönen Wald ging, geht es dann jetzt erst einmal übers freie Feld, vom Bauernhof zu Bauernhof weiter. Musik Und man sieht, die Spargelzeit ist vorbei, die Reihen sind abgedeckt und der Bauer lässt den Spargel einfach hoch schießen, bis er ihn dann umpflügt. Musik Ich bin fast wieder am Auto zurück, fast wieder an der Burg, war ja heute nur eine kurze Tour. Ich komme jetzt von der anderen Seite nach Borken gehen, wieder rein. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik